Herzlich Willkommen zum Hund Alleine Lassen Podcast. Mein Name ist Larissa Dubau und in diesem Podcast teile ich ganz viele Tipps, Infos und Tricks mit dir, um deinem Hund das entspannte Alleinbleiben beizubringen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über ein nicht so schönes Thema. Dennoch ist es super wichtig, dass wir darüber sprechen, denn es werden leider immer mehr Hunde abgegeben, weil sie unter Trennungsstress leiden. Ihre Menschen sind mit dem Problem überfordert und oft bleibt dann nur noch eine Abgabe als Lösung und ganz krass, da gehen wir heute nicht drauf ein, aber das nur mal als Info. In den Staaten ist es teilweise sogar noch schlimmer. Dort werden Hunde teilweise aufgrund von Trennungsstress eingeschläfert. Also wirklich eine krasse Sache. Deshalb bekommst du heute eine Alleinbleiben-Anleitung, damit dir das nicht passiert und damit du genau weißt, worauf du dich vorbereiten solltest, wenn du zum Beispiel einen Hund adoptieren möchtest. Das heißt, wir sprechen heute darüber, wie du es verhindern kannst, dass das Alleinbleiben zum Problem wird. Du bekommst also eine kurze Anleitung zum Aufbau des Alleinbleibens. Wir sprechen aber auch darüber, was du tun kannst, wenn dein Hund schon unter Trennungsstress leidet. Und ich gebe dir außerdem ein paar Tipps mit auf den Weg, wenn es bei euch vielleicht auch aus einem anderen Grund so sein sollte, krankheitsbedingt etc. Kann es einfach sein, so ungern wir das möchten, dass eine Abgabe nicht zu verhindern ist. Und da gebe ich dir eben auch Tipps mit auf den Weg, wie du eine Abgabe vorbereiten könntest, sodass es eben für deinen Hund möglichst angenehm in Anführungszeichen verläuft und auch für dich, sodass es ja keine negativen oder keine nachhaltigen negativen Auswirkungen mit sich bringt, beziehungsweise man das Risiko dessen eindämmt, sollte es dann wirklich keine andere Lösung geben. Fangen wir mal ganz am Anfang an vor der Adoption. Fangen wir mal ganz am Anfang an, nämlich vor der Adoption. Denn das Problem ist, dass über das Alleinbleiben viel zu wenig informiert wird in Deutschland. Das ist super unbekannt. Und dadurch auch das Problem entsteht, dass häufig vor einer Adoption zu viel, zu wenig darüber nachgedacht wird. Es ist zwar so, dass in vielen Welpenratgebern steht, dass du das Alleinbleiben trainieren solltest, aber dort wird leider nicht erwähnt, dass es auch ein Problem mit dem Alleinbleiben geben könnte, auch eine genetische Prädisposition mit rein spielt. Und außerdem ist es häufig so, dass das Alleinbleiben dort mit viel zu großen Schritten angegangen wird. Dazu kommen wir aber später nochmal, so später dazu mehr. Die Folge ist, dass viele Menschen einen Hund adoptieren und sich dann nur ein paar Wochen Urlaub einplanen, bevor sie dann wieder ins Büro müssen und darauf angewiesen sind, dass der Hund ein paar Stunden alleine bleiben kann. Bei uns damals war es ein bisschen anders. Mein Freund und ich haben uns schon sehr, sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, wie lange soll Seven alleine bleiben können. Der Plan war nämlich auch, dass wir wieder ins Büro gehen und Seven dann eben entsprechend nicht länger als vier bis fünf Stunden täglich alleine ist. Wir haben uns da Excel-Listen gemacht und geguckt, okay, wie können wir die Arbeitszeit so legen, dass das eben passt. Wir haben uns aber keine Gedanken darüber gemacht und das ist eben der Punkt, darüber wird häufig nicht informiert, dass das Alleinbleiben wirklich zu einem großen Problem werden könnte. Und genau das ist die Schwierigkeit. Es wird dadurch, dass eben darüber nicht so viel aufgeklärt wird, viel zu wenig Zeit für das Alleinbleiben-Training eingeplant. Viele Menschen gehen davon aus, naja, ich habe jetzt zwei bis sechs Wochen, danach muss das aber klappen und das tut es in den meisten Fällen nicht. Und dann geraten die Menschen natürlich in Stress, völlig verständlich, weil sie kein Backup haben, weil sie das vorher nicht eingeplant haben und dann dort stehen, der Hund kann nicht alleine bleiben, bellt die Bude zusammen, leidet. Sie müssen aber wieder zurück ins Büro und haben dann eine massive Drucksituation, die gar nicht so selten darin mündet, dass der Hund eben abgegeben wird. Und damit das nicht passiert, schauen wir eben mal, was du vorher tun kannst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du vorher schon einplanst, dass das Alleinbleiben einfach lange dauern könnte, mehrere Monate. Das geht gar nicht darum, dass jetzt dein Hund zwangsläufig unter Trennungsstress leiden muss. Es kann einfach sein, dass dein Hund länger dafür braucht, um das Alleinbleiben zu lernen. Denn wir Lebewesen, Hunde und Menschen, wir lernen alle super, super individuell. Und der eine Hund lernt es schneller, der andere braucht ein wenig länger. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Wenn du proaktiv handelst, am besten schon vor der Adoption schaust, dass du einfach gewisse Backups hast, dass du Hundesitter hast oder deinen Alltag eben so planst, dass dein Hund auch eine längere Zeit nicht alleine gelassen werden muss, dann nimmt das einfach verdammt viel Druck raus. Und das gibt euch dann eine viel, viel bessere Möglichkeit, das Alleinbleiben wirklich entspannt aufzubauen. Weil so kannst du deinem Hund eben so viel Zeit geben, wie er braucht und lässt sein Hund eben dann wirklich erst komplett alleine, wenn er es entspannt aushalten kann. Andernfalls ist es ganz häufig so, dass eben diese Deadline, die ganze Zeit im Hinterkopf ist, die macht dir Druck und dann kannst du auch nicht entspannt ins Training gehen. Und das merkt natürlich auch dein Hund, dass du unentspannt bist und dass du gerne schon viel weiter wärst mit den Fortschritten und mit den Zeiten. Und dann geht es meistens ganz, ganz schnell eher abwärts, weil dann ganz viel Druck reinkommt. Also der Weg ist, erstmal den Alltag so umzuplanen, dass dein Hund nicht alleine bleiben muss und erst anzufangen, den Alltag wieder anders zu planen, sobald dein Hund wirklich entspannt alleine bleiben kann. Nicht andersrum. Nicht erst davon ausgehen, dass dein Hund entspannt alleine bleiben kann und dann in Stress geraten, wenn er es dann nicht kann. Dann wird es nämlich wirklich druckvoll, sondern von vorne herein um einen Backup-Plan kümmern, um Hundesitter kümmern. Denn es kann auch einfach sein, unabhängig vom Alleinbleiben, dass andere Gründe dazu führen, dass dein Hund vorübergehend nicht so gut alleine bleiben kann. Das kann eine Krankheit sein, das kann eine OP sein. In solchen Phasen sollte sowieso dafür gesorgt sein, dass man einen Backup hat oder dass man die ganze Zeit zu Hause bleiben kann, damit der Hund nicht alleine bleiben muss. Meine Empfehlung lautet sowieso bei dem Thema immer bei dem Thema Alleinbleiben plane lieber erstmal mit dem Worst Case. Wenn das Alleinbleiben dann doch schnell gut funktioniert, ist es super, aber wenn du mit dem Worst Case planst und sagst, hey, ich weiß nicht, wie lange es dauert und das ist auch realistisch, du weißt es am Anfang nicht, also plane ich erstmal open-end, dass mein Hund nicht alleine bleiben muss, dann kannst du wirklich das ohne Stress und Druck aufbauen, wenn es dann eben entsprechend doch länger dauern sollte. Und wenn dein Hund zu Dingen gehört, die es relativ schnell lernen, super gut, dann kannst du deinen Alltag ja wieder entspannter gestalten, wenn dein Hund alleine bleiben kann. So, wie baust du das Alleinbleiben nun auf? Wir haben da verschiedene Schritte. Dein Hund ist jetzt da, du möchtest natürlich alles richtig machen, damit das Alleinbleiben gar nicht erst zum Problem wird. Das ist schon sehr lobenswert, sehr, sehr gut. Es kann aber natürlich auch sein, dass du selbst einen Hund adoptiert hast, der vielleicht schon älter ist oder der eben entsprechende genetische Prädisposition mitbringt, dass du das Thema Trennungsstress schon hast bei diesem Hund und du wirklich keinen Plan hast, wie du das Alleinbleiben aufbauen sollst. Dann bleib dran, das erzähle ich dir nämlich jetzt. Wir haben Schritt Nummer eins. Das ist, wie gerade gesagt, lasse deinen Hund außerhalb des Trainings nicht mehr alleine. Egal, ob dein Hund unter Trennungsstress leidet oder ob ihr bei null startet und dein Hund noch gar keinen Bezug zum Thema Trennungsstress hat. Es ist mega wichtig, deinen Hund nicht alleine zu lassen und nicht länger alleine zu lassen, als er es wirklich entspannt kann. Und Entspannung ist etwas anderes als einfach nur Ruhe. Ich meine wirklich Entspannung, weil nur so haben wir die Möglichkeit, das Alleinbleiben auch positiv im Hundegehirn zu verknüpfen. Ja, also wenn du deinen Hund jetzt alleine lassen würdest, viel länger als er es kann, er gerät in Stress, dann hast du ganz schnell eine negative Verknüpfung. Wir wollen aber eine Verknüpfung mit Entspannung und das geht nur, wenn wir das Alleinbleiben ausschließlich positiv gestalten und eben entsprechend dann auch verknüpfen. Andernfalls würdest du jetzt sagen, ach, ich lasse ihn ab und an mal alleine länger als das kann, hast du immer wieder den negativen Bezug und der wiegt leider sehr viel schwerer als ein positives Training. Das heißt, kurz gesagt, ein positives Training gleicht nicht ein negatives Training aus oder eine negative Abwesenheit und somit torpedierst du immer wieder dein eigenes Training. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich wirklich um ein Backup kümmerst, damit du deinen Hund im Notfall eben nicht alleine lassen musst und eben für die Trainingszeit, also außerhalb des Trainings auch nicht alleine lassen musst. So, das ist erledigt. Du hast dir ein paar Menschen rausgesucht, die wirklich deine Backups sind, die als Hundesitter fungieren. Dann ist Schritt Nummer zwei, besorge dir eine Kamera. Nur so kannst du deinen Hund beim Alleinbleiben Training beobachten und schauen, wie er reagiert. Ja, also so kannst du auch langfristig und das solltest du auch immer wieder überprüfen, ob dein Hund beim Alleinbleiben schön entspannt ist. Das mache ich auch heute immer nochmal. Es kann ja irgendwas sein, was den Hund so in Schrecken versetzt, dass er da einen negativen Bezug wieder hat. Das ist immer ganz gut, auch langfristig immer nochmal reinzuschauen, aber das musst du dann nicht mehr so häufig machen. Aber gerade am Anfang brauchst du eine Kamera. Ohne Kamera kannst du nicht trainieren, weil du sonst gar nicht weißt, wann du wieder kommen sollst. Denn wir arbeiten ja ganz viel mit der Körpersprachenanalyse beim Alleinbleiben Training und die kannst du ja nur sehen und interpretieren und entsprechend handeln, wenn du eben draußen, wenn du vor der Tür bist, eben auch siehst, was bei deinem Hund los ist und wie er reagiert. Ganz wichtig, du brauchst keine teure Kamera mit Leckerli-Auswurf. Das ist Spielkram und sehr viel Marketing. Du kannst einfach dir eine Kamera bei Amazon für 30 bis 40 Euro holen. Wichtig ist einfach, dass die Kamera filmen und aufzeichnen kann, dass sie schwenkbar ist, falls dein Hund sich mal umlegt. Und bei dunklen Hunden ist immer noch so ein Pro-Tipp, der sehr gut hilft, dass die Kamera in den Nachtmodus zu stellen ist, weil dann kannst du die Augen des dunklen Hundes, des schwarzen Hundes besser erkennen. Das ist nämlich bei dunklen Hunden leider ein Problem. Vor allem, wenn sie viel Fell auch im Kopfbereich haben, dass man die Augen sonst nicht so gut sieht. Mit dem Nachtmodus kannst du sie gut erkennen, weil sie dann leuchten und dann kannst du eben auch sehen, starrt dein Hund oder hat er weiche Augen. Genau. Also Schritt Nummer zwei, Kamera kaufen. Schritt Nummer drei, schaffe eine Ruhezone für deinen Hund. Eine Ruhezone besteht aus einem Zimmer oder einem anderen Ort in der Wohnung und einem Entspannungsplatz und sie dient deinem Hund als Rückzugsort, auf den er sich in stressigen Situationen zurückzieht und dort eben vermehrt Sicherheit bekommt. Ganz viele Hunde machen das zum Beispiel bei Gewitter, dass sie dann in ihre Box laufen oder auf ihren Platz laufen, weil sie einfach mit diesem Platz verknüpft haben, hier bin ich sicher, hier passiert mir nichts Negatives, sondern im Gegenteil immer nur Positives. Das heißt, wähl da mal gerne einen ruhigen Bereich in deiner Wohnung aus, in dem dein Hund vor Außenreizen möglichst geschützt ist und als Entspannungsplatz kannst du einen schon vorhandenen Platz nehmen oder einen ganz neuen Platz nutzen. Wichtig ist, dass der eben positiv verknüpft ist und nicht zum Beispiel mit Frust verknüpft ist und diesen platzierst du dann in der Ruhezone, wenn er dort nicht ohnehin schon steht. Wenn du den noch positiv verknüpfen möchtest, kannst du dort eben schöne Dinge machen mit deinem Hund. Du kannst zum Beispiel seine Kauartikel ihm dort geben oder generell sein Futter dort geben. Du kannst ihm Leckerchen geben. Kuscheleinheiten sind auch erlaubt. Ich würde da jetzt keine Zerspiele drauf machen, also nichts Hochaktivierendes, sondern eher ruhige Aktivitäten, die deinem Hund gefallen. Und wenn es so ist, dass du den Eindruck hast, dein Hund möchte dort sich lieber alleine zurückziehen, dann gewähre ihm das auch. Es muss dort kein Kuscheln stattfinden. Es ist wirklich so die Zone deines Hundes, auf der er übrigens auch nicht liegen muss beim Alleinbleiben. Es ist wirklich eine freiwillige Rückzugszone, ein freiwilliger Rückzugsort, der einfach eine zusätzliche Strategie ist beim Alleinbleiben und auch in anderen Situationen. Schritt Nummer vier. Verknüpfe das Alleinbleiben kleinschrittig und positiv. Das bedeutet, dass du immer nur so lange trainierst, wie dein Hund es entspannt aushalten kann. Das bedeutet für viele Hunde, dass wir die Distanzen erst mal innerhalb der Wohnung festigen, weil der Schritt aus der Haustür für viele Hunde meistens schon viel zu groß ist. Sie geraten dann in Stress, sie verknüpfen das Alleinbleiben-Training entsprechend auch negativ. Und gerade bei Trennungsstresshunden müssen wir in der Regel kleinschrittig ansetzen. Also finde heraus, bis zu welchem Punkt dein Hund noch entspannt bleiben kann, wenn du dich von ihm wegbewegst. Und wenn er zum Beispiel schon auf dein Aufstehen reagiert, dann weißt du, okay, du musst da ansetzen und das trainieren, bis dein Hund dabei entspannt bleiben kann. Erst dann bewegst du dich ein paar Schritte von ihm weg, später aus dem Raum raus und ganz später eben auch aus der Haustür raus. Schritt Nummer fünf, auch ganz wichtig. Desensibilisiere deine Weckereize. Die Desensibilisierung sorgt dafür, dass Reize, die aktuell zu einer negativen Reaktion führen, neutral werden sozusagen. Aktuell hat dein Hund vielleicht schon Weckereize negativ verknüpft, wenn er schon mal negativ alleine gelassen wurde, also so lange, dass er in Stress geraten ist. Und er hat verknüpft, okay, der Schlüssel bedeutet, dass du jetzt gehst und das habe ich ja negativ abgespeichert. Und in der Folge reagiert er dann entsprechend schon auf den Schlüssel. Mit der Desensibilisierung sorgen wir dafür, dass der Schlüssel neutral wird. In Kombination mit dem Training, wo wir eben an deiner Abwesenheit arbeiten, wird ja auch das Alleinbleiben neutral bis positiv, sodass dann die Weckereize auch irrelevant werden. Aber Schritt fünf ist wirklich, dass du diese Weckereize desensibilisierst. Dafür müsstest du erst mal schauen, welche Reize du beim Weggehen normalerweise auslöst. Was sind so deine Rituale? Klassische Reize sind Jacke, Schlüssel, Tasche, Schuhe. Aber manchmal ist es auch tatsächlich eine bestimmte Hose anziehen, einen Gürtel verwenden, bestimmte Wörter verwenden, noch mal ins Badezimmer gehen. Also ganz unterschiedliche Rituale, die du vielleicht unbewusst auch in deinem Alltag hast, bevor du gehst, die dazu führen, dass dein Hund diese eben mit deinem Verlassen verknüpft hat. Und wenn du diese Reize identifiziert hast, dann kannst du sie über den Tag verteilt immer noch mal auslösen, ohne dass danach diese negative Konsequenz folgt, nämlich dass du ihn alleine lässt. Damit das alles funktioniert, ist es unabdingbar, dass du Schritt 1 umsetzt, nämlich deinen Hund nicht mehr alleine lässt, weil ansonsten ist das alles für die Katz, weil sich ja alles weiterhin negativ verknüpfen würde. So, wenn dein Hund irgendwann alleine bleiben kann, gibt es aber auch noch einige Dinge, die du beachten solltest. Das mache ich zum Beispiel auch mit Seven oder habe es auch mit Seven gemacht. Und zwar kann es sein, dass du sagst, okay, wir sind jetzt bei zwei Stunden. Meistens muss mein Hund nicht länger alleine bleiben, aber in Notfällen hätte ich schon gerne, dass er vier Stunden alleine bleiben kann. Da ist es wirklich wichtig, dass du jede Zeit trainierst, die dein Hund auch alleine bleiben soll. Also auch die Notfallsituation trainierst, weil viele Leute machen den Fehler und hören auf mit dem Training, wenn der Hund erstmal eine gewisse Zeit alleine bleiben kann. Und das ist wirklich ein riesiger Fehler, weil dadurch Trennungsstress noch mal richtig krass aufploppen kann, weil nur weil dein Hund eine Stunde, also eine Stunde alleine bleiben kann, heißt das nicht, dass es auch bei vier Stunden funktioniert. Hunde merken das. Es ist ein Mythos, dass Hunde angeblich kein Zeitgefühl haben. Hunde können sehr gut differenzieren zwischen ich bin nur kurz alleine und ich bin auf einmal viel länger alleine. Also auf die vier Stunden müsst ihr auch erstmal hintrainieren. Und genauso ist es ein Mythos, zu sagen, es gibt eine 20 oder 30 Minuten Marke. Wenn das funktioniert, dann sind die vier Stunden auch kein Problem mehr. Nee, nee, das ist nicht so. Also auch bei 50 Minuten kann es noch mal wirklich stagnieren oder ein bisschen Rückschritte geben. Deshalb trainiere jede Zeit, die dein Hund auch langfristig eben können soll. Und langfristig, das mache ich mit Seven eben auch, achte darauf, dass du ein gewisses Grundrauschen aufrecht erhältst. Weil Corona hat uns gezeigt oder die Covid-Zeit, dass Hunde das Alleinbleiben auch sehr schön verlernt können. Wir haben diverse Covid-Hunde bei uns im Programm, die eben danach kamen, als Frauchen und Herrchen jetzt wieder ins Büro mussten und auf einmal festgestellt haben, mein Hund, der sonst irgendwie fünf Stunden entspannt alleine bleiben konnte, kann es auf einmal gar nicht mehr, weil er jahrelang nicht alleine bleiben musste oder monatelang. Und die wirklich jetzt wieder bei null ansetzen müssen, weil der Hund es wirklich verlernt hat. Weil der Hund sich so daran gewöhnt hat, immer beim Menschen zu sein und dann von null auf hundert wieder fünf Stunden alleine bleiben sollte und es halt nicht gepackt hat. Deshalb ist es wichtig, dass du ein gewisses Grundrauschen aufrecht erhältst, auch wenn es nicht zwangsläufig sein müsste. Ich sage dir ganz ehrlich, Seven müsste ich eigentlich fast gar nicht alleine lassen. Bei mir hat es sich ja so entwickelt, dass ich jetzt eben Hundetrainerin mit ausschließlichem Fokus auf dem Thema entspannt und allein bleiben bin. Das heißt, ich arbeite immer von zu Hause, sie ist fast immer bei mir und ich lasse sie trotzdem regelmäßig bewusst alleine. Lasse sie zum Beispiel mal für den Einkauf alleine oder wenn ich irgendwie abends verabredet bin, wo ich sie auch mitnehmen könnte, lasse ich sie einfach mal alleine. Einfach damit dieses Grundrauschen aufrechterhalten bleibt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es auch wichtig, habe ich heute auch schon gesagt, überprüfe immer mal wieder über die Kamera, ob dein Hund wirklich entspannt ist. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann hast du da nochmal ein Thema, wo du nochmal reingehen solltest, wo du deinen Hund nochmal nicht alleine lässt und nochmal schaust, wo liegt das Problem, warum ist dein Hund auf einmal beim Alleinbleiben unentspannt. Also das musst du nicht jedes Training machen. Ich schaue ab und an mal rein. Alle paar Wochen gucke ich mal auf die Kamera, wenn Seven alleine ist und check einfach immer nochmal gegen. Okay, passt dir alles. Wenn du ganz am Anfang stehst mit deinem Hund und sagst, mein Hund kann entweder noch gar nicht alleine bleiben, weil er war noch nie alleine oder mein Hund leidet schon unter Trennungsstress und du möchtest wissen, wie du ins Alleinbleibentraining startest und vor allem, was für Fehler du auch vermeiden solltest, dann nimm unbedingt am 0-Euro-Crash-Kurs teil, weil dort teile ich innerhalb von zwei Stunden alles zum Alleinbleiben-Thema mit dir und da wirst du ganz, ganz viel lernen. Der Link dafür ist in den Shownotes, da kannst du dich direkt anmelden. So, nun sagst du, schön und gut. Der Trennungsstress ist aber leider bei meinem Hund schon da. Was kann ich tun? Und ich weiß natürlich, dass Trennungsstress extrem belastend ist. Ich hatte diese Situation mit Seven selbst. Es nimmt unfassbar viel Raum und Zeit ein und ganz ehrlich, keiner sucht sich dieses Problem freiwillig oder selbst aus. Das ist etwas. Da wird man hineingeschmissen. Auf einmal steht man vor dieser riesigen Herausforderung und sagt, meine Güte, wie komme ich hier wieder raus? Da erstmal eine schöne Prognose für dich. Studien haben herausgefunden, dass circa 75 Prozent der Hunde, 75 bis 80 Prozent von ihrem Trennungsstress befreit werden können. Das ist eine super, super gute Aussicht für dich. Aber das geschieht natürlich nicht über Nacht, sondern mit dem richtigen Alleinbleibentraining. Denn damit kann dein Hund eben das Alleinbleiben lernen. Und es kostet ehrlich gesagt Zeit. Ich bin gar kein Fan davon, dass so viel verbreitet wird. Ich bring dir innerhalb von acht Wochen oder ich bring deinem Hund besser gesagt innerhalb von acht Wochen das Alleinbleiben bei. Das kann dir keiner vorher sagen und ich halte das für maximal unseriös, sowas zu verbreiten. Es braucht Zeit, das kann und möchte ich an der Stelle auch nicht schönreden. Natürlich fände ich es irgendwie auch cooler, wenn es innerhalb von acht Wochen ginge bei jedem Hund. Das ist aber nicht gesagt. Fakt ist aber, wenn du diese Extrameile jetzt gehst, dann hast du hinten raus ein ganz entspanntes Leben mit deinem Hund und es lohnt sich. Du wirst wieder ins Kino gehen können. Du wirst wieder zum Yoga gehen können, während dein Hund schön entspannt alleine schnarcht. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, die Dankbarkeit dafür geht niemals weg, wenn dein Hund mal Trennungsstress hatte. Es ist einfach so ein unfassbar geiles Gefühl, wenn der Hund mal Trennungsstress hatte und du irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, ey, ich kann alles wieder machen. Mein Hund ist einfach super entspannt alleine. Es fühlt sich nach wie vor, auch Jahre später, für mich immer noch nicht selbstverständlich an, sondern einfach nach was krass Besonderem und wo ich wirklich auch stolz bin und wo du auch stolz auf deinen Hund und auf dich sein wirst, weil du eben die Extrameile gegangen bist. Auch da, wir hatten schon einige Hunde im Programm, so meine Sorgenhunde, bei denen es zu Beginn nicht danach aussah, dass sie das Alleinbleiben jemals lernen, aber sie haben es gelernt. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche eine WhatsApp-Nachricht von einer ehemaligen Sturmfreikundin bekommen, die hatte einen oder die hat einen Hund, die wirklich viele Themen hatte, ein sehr, sehr ängstlicher Hund war, ganz starken Trennungsstress hatte, sogar Trennungsangst, also wirklich in Stress kam, wenn ein Frauchen nicht da war und auch eine ganz krasse Geräuschsensibilität. Und da waren wir wirklich mehrfach an dem Punkt, wo wir auch dachten, meine Güte, das ist wirklich herausfordernd und das dauert sehr, sehr lange bei diesem Team. Aber sie hat mir jetzt gerade eine WhatsApp geschrieben, dass sie so happy ist, weil ihr Hund beim Alleinbleiben einfach geträumt hat und im Traum gezuckt hat. Und das ist einfach so geil und so realistisch für die allermeisten Hunde und ein Feedback, was wir sehr, sehr häufig bekommen und was auch nochmal verdeutlicht, wie dankbar einfach diese Menschen sind. Und das ist auch für dich und deinen Hund möglich mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Dafür ist aber auch wichtig, dass du immer wieder an deinem Mindset arbeitest. Mache dich frei von, wir machen keine Fortschritte oder mein Hund kann immer noch nicht alleine bleiben. Oder noch schlimmer, warum hat es mich erwischt? Warum bin ich in der Situation? Weil all diese Dinge, die bringen dich nicht nach vorne. Ja, also frag dich lieber, wie kann ich meinen Hund unterstützen? Ein Wie bringt dich immer mehr nach vorne als ein Warum? Ja, weil es nach vorne blickt. Ein Warum blickt immer in die Vergangenheit. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Du kannst nichts dafür, dass dein Hund unter Trennung Stress leidet. Es ist so, wie es ist. Frag dich, wie kann ich das Thema lösen? Und dann blickst du eben in die Zukunft. Und da kannst du eben anpassen und Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass dein Hund eben das Alleinbleiben lernt. Und ich bin mir ganz sicher, dass dein Hund es lernen wird, wenn du ihm die Zeit gibst und dich eben auch auf die Fortschritte fokussierst, die ihr schon gemacht habt. Und da bin ich auch sicher, dass es schon einige gibt. Deshalb ist es eben auch ganz, ganz wichtig, das sich zu notieren und immer mal wieder vor Augen zu führen. Zum Trainingsprozess gehört aber auch, und das ist ebenfalls sehr wichtig, dass du dir auch mal Zeit für dich einräumst. Also such dir auch gerne einfach mal eine Betreuung für deinen Hund. Einfach nur so, damit du mal was ohne Hund machen kannst, damit du dir was gönnen kannst, ein bisschen Me-Time hast. Wenn du vielleicht zusätzlich noch eine stressige Woche auf der Arbeit hattest, dann ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, hey, ich trainiere jetzt mal ein paar Tage nicht und ich kümmere mich mal um mich oder ich mache auch schöne Dinge mit meinem Hund zusammen, aber auch für mich alleine und belohne mich auch mal für die ganze Extrameile, die ich eben für meinen Hund gehe und für mich. Weil ich weiß, es ist ein krasses Training und es ist super anstrengend, es bringt keinen Spaß und man braucht eine Menge Durchhaltevermögen und da ist es eben ganz wichtig. Vergiss also dich bei der ganzen Sache bitte nicht, denn aus Erfahrung kann ich sagen, der größte Grund, warum Hunde das Alleinbleiben nicht lernen, ist, weil die Menschen nicht durchhalten. Das ist leider einfach so. So, jetzt noch mal zum Thema. Es ist der Fall, du musst deinen Hund abgeben. Es führt kein Weg dran vorbei, aus welchem Grund auch immer. Ich hoffe, das Alleinbleiben ist nicht der Grund, weil da kann man ganz, ganz viel eben machen, um den Hund nicht abzugeben, aber es kann auch sein, dass einfach eine Krankheit dazu führt, dass du deinem Hund nicht mehr gerecht werden kannst. Wie auch immer, du keine Unterstützung in der Familie hast und einfach eine Abgabe nicht zu vermeiden ist, da möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, weil es ist einfach ein wichtiges Thema. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, okay, wie kann ich die Abgabe gut vorbereiten? Die Umstände sind jetzt so, wir können es nicht ändern, aber damit dein Hund ein schönes, neues Zuhause finden kann, solltest du ein paar Dinge beachten. Suche dir bitte Hilfe von einem Tierheim oder einer Tierschutzorganisation, weil die kennen sich bestens damit aus, Hunde zu vermitteln. Und nimm da bitte eine wirklich seriöse Tierschutzorganisation, auch da gibt es schwarze Schafe. Wenn du deinen Hund aus dem Tierschutz hast, dann kannst du dich auch an die jeweilige Organisation oder an das jeweilige Tierheim wenden, von dem du selbst deinen Hund bekommen hast. Wenn dein Hund von einem Züchter kommt, dann kannst du dich auch an diesen wenden, weil die können dir wirklich bei der Suche nach einem neuen Zuhause behilflich sein. Sie kennen sich damit aus, sie wissen genau, worauf geachtet werden muss, sie überprüfen das neue Zuhause von deinem Hund, sie haben die Mittel und Kontakte, um zum Beispiel auch eine Vorkontrolle im neuen Zuhause zu organisieren und da solltest du wirklich erstmal diesen Weg gehen und eben das Gespräch mit denen suchen. Sollte bei dir keine dieser Option zutreffen, dann wende dich bitte an das nächste örtliche Tierheim und bitte dort um Hilfe und lass dich dort beraten. Und dann ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn dein Hund nicht alleine bleiben kann, sei bitte ehrlich. Kommuniziere das ganz offen und ehrlich, dass dein Hund unter Trennungsstress leidet. Ich weiß, deine Chance, dein Hund zu vermitteln, sinkt dadurch, weil keiner wirklich Bock auf das Alleinbleiben-Training beziehungsweise auf Trennungsstress hat, aber es ist nur fair deinem Hund gegenüber, das wirklich offen zu kommunizieren, weil nur so und auch dem neuen Zuhause gegenüber, nur so kann das neue Zuhause entsprechend reagieren und sich darauf einstellen. Ein Verschweigen der Tatsachen hilft hier niemandem, sondern es führt eher noch dazu, dass dein Hund dann erneut abgegeben wird. Deshalb, das wäre maximal unfair, das nicht anzusprechen. Es wäre ganz, ganz schlimm für dein Hund, wenn er wirklich zum Wanderpokal wird, weil das Thema Trennungsstress immer verschwiegen wird und er abgegeben wird und nochmal abgegeben wird und nochmal abgegeben wird. Das alles wirkt sich dann irgendwann auch nochmal negativ auf den Trennungsstress aus mit großer Wahrscheinlichkeit und das ist auch unfair für das neue Zuhause, was sich eben ja auf deinen Hund einstellt und ihm ja auch gerecht werden möchte. Und ja, dazu gehört einfach, dass man über alle Dinge aufklärt, Gesundheit, Krankheit, Verhaltensbereiche, Trennungsstress, die eben der Hund mitbringt. Weil nur so kann man auch wirklich nach einem passenden Zuhause suchen, welches eben die entsprechenden Kapazitäten hat, sich mit diesem Problem zu befassen. Aber ich hoffe, dass es bei dir gar nicht dazu kommt und vor allem nicht aufgrund von Trennungsstress, weil das lässt sich eben sehr, sehr gut trainieren. Also Fazit dieser Podcast-Folge. Stell dich schon vor der Adoption deines Hundes darauf ein, dass es länger dauern kann, bis dein Hund entspannt alleine bleiben kann. Das ist einfach so. Kümmere dich um ein gutes Backup, damit du deinen Hund im Notfall nicht alleine lassen musst und baue dann anschließend das Alleinbleiben kleinschrittig und positiv auf und achte dabei immer darauf, dass dein Hund auch wirklich entspannt ist. Überprüfe langfristig immer nochmal, ob dein Hund wirklich entspannt alleine bleiben kann, wenn er das schon kann. Und beachte auch gerade im aktiven Trainingsprozess dein Mindset. Das ist super wichtig, damit du langfristig auch am Ball bleiben kannst. Also arbeite immer wieder daran, fokussiere dich auf eure Erfolge und bau dir immer wieder ganz aktiv schöne Momente für dich und deinen Hund ein. Und wenn es wirklich so ist, aus welchem Grund auch immer, dass du deinen Hund abgeben musst, dann kommuniziere ganz, ganz klar, dass dein Hund unter Trennungsstress leidet. Das ist die einzig faire Option. und such dir für die Abgabe professionelle Hilfe von einer Tierschutzinstitution. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast mit fünf Stern auf Spotify oder iTunes bewertet, sofern er dir hilft und gefällt. Und dann hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis dann. Bis dann.